hallo und herzlich willkommen leute zu einer neuen folge von digimon world next order herzlich willkommen zu einer neuen folge heute geht es hier weiter mit diesen wunderschönen spiel es macht mir sehr viel spaß und ich hoffe natürlich euch auch beim zuschauen leute hoffentlich macht es euch genauso viel spaß wie mir ja heute geht es weiter leute oder der plan mit digimon und tugemon geht natürlich weiter ich will heute unbedingt in dieser folge ein paar quests machen ich hoffe ich schaffe das auch rechtzeitig oder ich hoffe wir dürfen das machen oder können das machen weil ich glaube bevor wir nicht digitiert sind noch einmal dann wird es glaube ich nicht reichen aber ich bin guter dinge leute dass wir heute digitieren werden vielleicht nicht in die digimon die wir wollen aber ich glaube ich glaube wir können auf jeden fall digitieren komisches icon übrigens hier bei paimon links grün rechts orange macht irgendwie keinen sinn irgendwie oder ganz komisches icon irgendwie weiß ich nicht egal egal also togemon ist das ziel und natürlich divimon haben wir hier am start hätten wir gerne und wir werden weiter trainieren müssen leute wir werden weiter trainieren müssen definitiv uns fehlt bei divimon noch ein bisschen bindung ne auf jeden fall und übrigens leute wenn ihr jetzt kommentare geschrieben habt oder tipps kann ich das leider noch nicht mit reinnehmen aber hoffentlich bei der nächsten folge oder übernächsten folge weil ich auch hier wieder mal gesagt mehrere folgen aufnehme natürlich ne ich kenne das ja mittlerweile deswegen denkt nicht oder oder denkt nicht besser denkt nicht dass ich das ignoriere oder so ganz im gegenteil heute ne ganz wichtig immer nicht denken dass ich das ignoriere das ist mir sehr wichtig zu sagen definitiv ich bin sehr dankbar dafür leute ne für alle tipps oh digitieren war kein togemon wahrscheinlich red wieder ne ah man ey der togemon wurde schon wahrscheinlich gecancelt denke ich mal ich denke mal red oder bigimon oh leute was wie was wie ist das denn jetzt passiert okay nice leute togemon ist am start leute wie nice ist das der wie random war das okay lilimon haben wir schon mal gehabt erinnere ich mich sonst haben wir gar nichts cool lilimon ist eigentlich gut dabei schon haben wir alles freigeschleitet geht aber einiges an mp auf jeden fall wie wir sehen ja krass aber togemon leute togemon haben wir nice man ich freut mich jetzt freut mich wirklich jetzt noch die wenn man leute dann sind wir glaube ich ready für irgendwas zumindest mal für zitramon glaube ich hoffentlich ich weiß nicht das würde ich schon mal fühlen aber nice togemon wir sind wir sind ich bin happy guter start für die folge oder guter start für die folge definitiv freut mich du kannst ja gerne gerne weiter gehen wirklich du kannst gerne weiter gehen so werden sehr viel mp bei togemon das ist insane insane mega gut mp habe ich am anfang ein bisschen unterschätzt mp ist schon sehr gut ne also mana punkte denke ich soll das heißen ich finde das schon sehr auch sehr wichtig deswegen freut mich das umso mehr dass wir jetzt zu viel bei togemon haben das ist sehr cool so wir chillen eine runde und dann holen wir die items kurz und dann hoffen wir mal auf nimmermann gleich definitiv haben wir nicht genug jetzt bei togemon schon mit dem mp ich glaube wurde da ne 6000 ok haben wir gleich lillimon wäre cool auch würde ich sagen würde ich auch für lillimon war eigentlich ganz nice also dillimon und lillimon würde ich fühlen auf jeden fall würde ich mich nicht beschweren ganz im gegenteil aber cool dass wir jetzt auch mal togemon haben wie gesagt haben wir noch gar nicht bisher glaube ich ich bin mir relativ sicher so 90 prozent aber schreibt gerne mal in die kommentare ob ich mich da vertue aber ich glaube nicht ich glaube wir hatten noch kein togemon was wieder mal sehr schön ist weil ich liebe es ja neue digimon zu sehen also neue nicht ich kenne natürlich togemon vom anime aber im spiel meine ich jetzt ne also immer alle digimon sehen die es so gibt finde ich immer ganz cool irgendwie und ja dasselbe wie bei dillimon haben wir auch noch nicht gehabt würde ich also auch mega mich darüber freuen definitiv ok wir machen weiter mp haben wir gleich fertig bei togemon 6000 haben wir jetzt fertig ok warte besser so machen dann habe ich hier ok ok wir haben ein zwei drei vier fünf stück gesamt fehlt noch glaube ich oder weisheit könnte sein dann machen wir ja ich mache mal glaube ich gesamt wenn es gesamt heißt ich weiß immer nicht was bis bedeutet ich denke gesamt oder ich hoffe ich schreibe es gerne mal in die kommentare wenn ihr jetzt wisst wie viel gesamt brauchen wir jetzt haben nicht viel nämlich 700 das geht eigentlich das können wir hinkriegen ja ok wir haben 400 so ungefähr natürlich noch ein langer weg aber ist auf jeden fall im bereich des machbaren sehr geschwächt er ist sehr geschwächt neunzig leute neunzig junge 90 fleisch wo die stürt junge heißt crazy freut mich freut mich freut mich natürlich aber das heftig beide doch hat auch hunger ok und wahrscheinlich wieder weg machen verstehe schon ok weil sie gut weil sie gut man passt passt gut geht bei der müde ok zufrieden ich bin zufrieden das war doch sehr schön ich würde sich beide was essen gehen was haben wir was 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 hat das gesehen glaube ich glaube ich bin mir nicht sicher dann wollte ich nicht beide sind nicht mehr hungrig ok haben jetzt etwas für die will man bekommen wir haben eigentlich alles gesammelt schon es fehlt uns halt bindung sieg so ein bisschen krass lady divmon leute lady divmon ist ja auch stimmt ey ist es die divmon kombo oder was ist ja cool aber wir haben doch gar nichts freigeschaltet ich denke mal das wird schwierig da was freizuschalten ich glaube das wird schwierig lasst mich okay warte 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 bevor wir jetzt vielleicht kämpfen gehen draußen noch einmal kurz ein bisschen weiter pumpen gehen das sind wir gesagt haben jetzt betrugen und eigentlich haben jetzt 400 schon ich hoffe 700 mal nicht die monaten ja wir haben 450 oder so ist doch sehr wenig wir noch einiges machen wir mal wieder ein bisschen mp glaube ich bei ihnen weil die nicht ok leute wir gehen jetzt kämpfen gleich wieder eine runde ich habe bock den togemon haben wir natürlich ein bisschen mehr möglichkeiten nicht viel mehr aber schon ein bisschen mehr deswegen sollte das doch glaube ich hoffentlich gut von der hand gehen gleich dass wir gut vortritt machen können mehr bindung cool okay lady divmon haben wir das freigeschaltet okay vielleicht ey das wäre lustig oder das wäre lustig bin ich ganz lustig wenn wirklich ja ok gewicht haben wir schon mal ja ok 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 so ich weiß gar nicht ist unsere einrichtung schon fertig die wir im auftrag gegeben haben wir haben ja was abgegradet wurde aber noch nicht fertiggestellt glaube ich normalerweise sieht man das ja dann weiß ich nicht glaube nicht ich bin mir auch nicht sicher vielleicht ich warte noch ein bisschen tag oder so dann gehen wir da gleich mal hin vielleicht wurde es jetzt schon abgegradet ich habe es übersehen oder so kann da sein ich hoffe nicht aber es ist auf jeden fall möglich okay Leute jetzt gehen wir jetzt gehen wir wieder ein bisschen fighten oder was mal gucken wofür es reicht mal gucken wofür es reicht ne wie gesagt mit Pokémon haben wir natürlich jetzt ein bisschen mehr möglichkeiten aber auch nicht so viele der Name darf sich nicht übertreiben sind immer noch sehr schwach definitiv wollen wir mal gegen die kämpfen oder was ja wir gehen jetzt nach rechts gleich da sind ja die anderen Digimon diese Steine Digimon die sind schon ein bisschen stärker und ich hoffe mal dass wir die ein bisschen besiegen können und da ein bisschen ja was ja greiten können das wäre ja auch nicht schlecht ja hier wollte ich hier in Level 4 ja ist gut eigentlich Level 4 sollte doch gehen oder oder? Level 4er chillig chillig oh Leute oh mein Gott Digimon bitte gib mir Divimon alles andere wäre eine Enttäuschung du bist hier vielleicht Pray Pray für Divimon und jetzt ist Divimon Leute oh mein Gott wie nice einer meiner Lieblings Digimon ah nice mit Lady Divimon natürlich ne mega cool nice Leute freut mich wow das hat geklappt Leute wir haben 2Gimon und Divimon bekommen das ist ja mal wirklich cool okay okay wir haben schon du mal schon alles freigeschaltet es fehlt aber 6 also es fehlt noch Gesamt und hat mehr Bindung mehr Sieg ja ok können wir können wir schaffen nice doch jetzt noch Lady Divimon und dann let's go Junge cool haben wir Fähigkeiten haben wir auf jeden Fall hier Fähigkeiten ok ok ja Leute wir sind ready cool Leute ich weiß nicht wie viel das reicht jetzt ne ne ich weiß nicht wie viel wir jetzt weiter kommen aber wir werden noch ein bisschen weiter kämpfen hier hier und da mal gucken cooles Team ist ja cooles Team aber cool hat es geklappt Leute wir haben es tatsächlich geschafft haben Divimon bekommen und Hogemon nice hätte ich nicht mit gerechnet wirklich ich hab nicht dran geglaubt so ein bisschen ich hab's gehofft natürlich ja wie wir alle so ein bisschen aber ich hab nicht gedacht dass ich das tatsächlich schaffen werde weil ja bisher hat es nicht gut geklappt bei mir immer aber jetzt muss ich sagen hat es endlich mal geklappt Leute und ich bin wirklich happy darüber cool wirklich freut mich das freut mich wirklich so den Level 7 das sollte auch noch gehen glaube ich nehmen wir mit ja ok hat schon mehr aus haben wir schon ein bisschen mehr AP definitiv ok für MAMIMON oder MAMIMON cool ok schauen wir mal was das ist krass hä so ein kleines Digimon ok irgendwie finde ich interessant hier haben wir auch was ok MAMIMON geht auch cool aus irgendwie crazy boah ey vielleicht kriegen wir das hier sogar nice probieren wir es wir werden es probieren Leute ne wir werden es probieren natürlich ein bisschen kämpfen hier und da ne erkennt es mittlerweile es 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 wie weit so gut so weit so gut den kollege der wird schon ein bisschen schwieriger glaube ich mal gucken ja okay der hat schon mehr ap definitiv ich bin zufrieden mit dem team das ist ein gutes team mittlerweile das ist ein gutes team wirklich na gut müssen weglegen leider das fleisch mit dem fleischbrot natürlich gern mitgenommen aber wenn ich muss was ablegen ich hab's wieder vergessen leute ich hab's wieder vergessen ärgerlich müssen wir gleich mal machen weiter waren wir da nicht schon war noch nicht hier wo wir waren bei der letzten folge am anfang feuerbahn achten vulkan cool war nicht gut weil da wollte ich ihnen auch noch mal hin können wir mal gucken was das so geht vielleicht können wir ein bisschen was machen weil wir haben ja einige quest die wir machen können da was hier hier zum beispiel müllberg beim logik vokan also müllberg muss man gucken ob wir das finden ich guck mal da finden wir das ja wir haben noch 15 minuten 15 uhr ist hier im spiel alles cool unser ding wurde gut dabei glaube ich oder level mäßig also hp mäßig ja sieht gut aus sieht doch nicht schlecht aus ehrlich gesagt wir haben eine 8er ok mal gucken ob wir die besinnen können wenn die kämpfe waren die wollen kämpfen ja ok shoppen die glaube ich die sie ja ich bin sehr zufrieden mit ihm das gefällt mir sehr gut das gefällt mir sehr gut ganz ehrlich das gefällt mir sehr gut ich glaube hier war der müllbacking wo ich bin mir nicht ganz sicher das ist so immer ich glaube hier war der müllbacking wo ich bin mir nicht ganz sicher das ist so immer es ist immer so schwer sich alle zu merken die ganzen märz und weiter gerade wenn du verschiedene spiele spielst ich glaube mich recht zu erinnern wenn das hier der müllberg in wo war ich kann mich aber komplett täuschen wirklich komplett aber gehen wir mal in die waren wir lange nicht mehr vorweg okay ist man nicht mal nicht jetzt angekommen okay ist level wenn wir den besiegen der wc na könnte kritisch werden schon wenn die schwer kritisch werden problem ist oder wir probieren es warum nicht ja ok damit sieht gar nicht so schlecht aus hätte ich gesagt es sieht gut aus wieder zu viele items mal das gibt es ja nicht okay für litte für lady die wir mal nice und wir müssen das müh und ist perfekt genau das was wir wollen aktuell läuft es wieder 40 jinks aber es läuft ein bisschen gerade okay weiß seit 2800 das ist insane das könnte ein problem werden und für lady die wir morgen ja ok aber ich hätte euch in dem und glaube ich hier beide gerne ich bin mir bein zufrieden sagen wir mal so lady die wohl hätte ich gerne weil ich ihn noch nie hatte aber lilimon ist ja cool von den werten her ne deswegen hätte ich auch sehr gerne also beide sind cool eigentlich wenn ich hier noch mal was wollte er noch mal nein das ist das ist nicht ne immer noch nicht richtig hey kumpel hörst du mich nicht ich schaffe kunst so geil geht eigentlich nicht eigentlich nicht glaube ich ne jetzt mal hoch hier glaube ich war ich hier schon mal ich bin mir nicht ganz sicher da waren wir schon mal da war ja die quest hier in der richtung aber hier oben oh level 12 war gutes icon könnte brenzlig werden wenn ich jetzt nicht unbedingt gegen kämpfen sei ich ehrlich nicht unbedingt feuerland ok kein müllberg wo ist der müllberg hier sieht interessant aus hier wie ein boss ein bisschen viele angemonds ja ok sehe ich schon viele angemonds sehr viele land 50er oh shit ok ok das sieht interessant aus aber sind zu viele schaub noch nicht noch nicht mal gucken vielleicht irgendwann aktuell schaffe es noch nicht aber wir haben gutes team das hat sehr viel potenziell also da können wir auch noch mal hingehen muss ich mir unbedingt merken diesen weg hier definitiv muss ich mir unbedingt merken wirklich nein 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 das ist schnell das ist schnell oder ja ok wohl ne alles cool alles cool ok hier war noch nicht der müllberg ich weiß noch nicht genau muss ja irgendwo hier sein ist ja logisch wir sind ja beim logik vulkan also er muss ja irgendwo hier sein aber nicht hier anscheinend aber gucken wir noch mal da rein was da war eventuell ist ja hier aber nicht aber probieren wir es ne das war das hier diese ok level 30 jungen level 30 btf junge was bin ich lehnt hey Leute wir können euch zurück gehen ich gebe aber noch nicht auf ich gebe noch nicht auf leute ich habe noch eine idee wo es sein kann ansonsten würde ich gleich glaube ich würde ich gleich zum zidramon gehen weil da könnten wir es auch schaffen noch ein bisschen training und dann gehen wir hin ja komm nicht unbedingt nicht unbedingt nicht unbedingt angekommen ist auch cool angekommen hätte ich auch gerne als digimon finde ich auch irgendwie sehr cool wo war der müllberg Leute vielleicht kann ich auf der karte gucken da steht es ja schon ach da steht es ja Leute ich bin ja komplett ich bin ja komplett dumm ich bin ja komplett dumm Leute es steht ja sogar auf der karte man Leute wieso bin ich so dumm wieso bin ich so scheiße dumm Leute jetzt mir wo bin ich bloß ach da bin ich okay das bin ich schon richtig okay ja ok Leute das hätte man natürlich checken können ja aber gut man lernt ja nie aus man lernt ja nie aus Leute ihr wisst Bescheid oh man Leute das ist ein bisschen peinlich ich habe gut ein bisschen peinlich ein bisschen aber das okay so lass mal ja 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 ist ja das eigentlich schon ja 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 nicht schafft oder kein plan der zu stark ist aber erst mal stark aber wir probieren es natürlich auch wenn es nicht gut aussieht aber wir können heilen am zimmer glaube ich könnte nein 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 das sieht nicht gut aus das sieht nicht gut aus müssen fliehen ja okay wir müssen trainieren müssen ein bisschen trainieren definitiv egal nicht schlimm ist nicht schlimm wir haben ein gutes team gutes potenzial deswegen alles cool bin ich gar nicht sauer also auch bei dem vulkan kann man doch einiges machen viele wege noch cool wir haben jetzt viele missionen wir machen können also citamon angemoren und dann noch den weg da oben gerade also wir einiges zu tun ist ja nice weil sie freut mich eigentlich weil haben wir nix nicht lange weile haben wir einiges was wir machen können ja bin ich eigentlich cool mit bin ich ja nicht ganz nice lasst jetzt wir ein bisschen trainieren gehen mal gucken was wir machen ich bin mir sicher was wir trainieren und was mal kurz gucken also ich glaube es wird eh linie man leute na es ist sogar so glaube ich drei vier fünf und eins fehlt noch gesamtheit glaubt ist mit linie man sowieso werden leute ich gehe doch ich gehe jetzt auf sie auch obwohl ich hätte auch gerne die die montler aber ich gehe jetzt auf linie man glaube ich weil ich glaube das ist ein bisschen weit weg und ich will nicht dass jetzt wieder stirbt und dann wieder von vorne beginnen müssen ja aber gut wenn wir mal wieder was freigeschaltet müssen wir uns rantasten so ein bisschen aber wir werden es probieren wir werden es natürlich probieren ich glaube es nicht dass das möglich wird und das auch nicht 1800 2400 gesamt ist heftig der doomhorn wäre wahrscheinlich ein bisschen aber auch da sage ich auch ganz ehrlich probieren wir es wir probieren es natürlich also was machen wir überlegen kurse so kille limon würde ich sagen gesamt hier bei ihnen gesamt er würde ich sagen geht auf geht auf hier würde ich sagen stärke oder tp noch mal stärke warum nicht ok so leute was geht ab hier 93 fleisch rein drücken gönnt euch gönnt euch geht es weiter aber noch okay so schön das reicht hoffentlich so wir bleiben erstmal so wie gleich die möhre geben vielleicht die beine möhre geben weil dann ist ja was gebraucht ne bei den trainingswerten dumm von mir habe ich wieder vergessen habe ich wieder vergessen leute das kann ja und ich war sein na egal gut kann man nichts machen am nächsten mal ich bin fast sieben monat fast sieben monat gesamt ich sag jetzt auch mal gesamt weil ich weiß nicht was bedeutet wenn ihr das wirst für ges steht dann sagt mir gerne mal bescheid dann sagt mir gerne mal bescheid wirklich so wer geht es auch weisheit ein bisschen okay erst mal weiter warte warte bevor wir das machen ach man kann skippen leute nice ok das ist cool oder man kann die animation aber skippen das ist ja cool nice ok das hätte ich natürlich früher checken können aber auch hier wieder ne man lernt nie aus leute man lernt nie aus cool und ich will jetzt auf jeden fall mal was ablegen und items wird hier schon die ganze zeit machen so ablegen die apple nicht einlagern so was will ich weg tun sowas auf jeden fall aber fisch nicht den fischen nicht die brauchen wir auch hier zum beispiel das ja ok jetzt wird reich erst mal stark 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 ja schon gerade in items habe ich ja man kann 100 oder man kann auch 100 haben oh mein gott das bedeutet ich will natürlich ne 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 leute da müssen wir was tun aber müssen wir was tun ich habe 100 das maximum oder am item vom fleisch 94 ach doch keinen sinn oder wir haben noch 17 ok das check ich nicht das check ich nicht egal gut komisch oder komisch oder komisch oder komisch ist noch nicht fertig läuft noch oder was ein tag doch ok warum kann ich jetzt das fleisch nicht einsamen leute ich habe 94 und noch platz frei eigentlich ich habe 94 und noch platz frei eigentlich komisch du hast so viele items du kannst die ernte nicht einsammeln komisch oder das schreck ich nicht wir haben noch platz 17 stück oder brauchen wir mehr platz ne das deck sich ja sowieso oder keine leute bin jetzt schreibt man die kommentare ich kein plan wenn ihr das wisst schreibt mir gerne gerne in die kommentare wirklich kann ich gar nicht sagen weiter machen wir weiter machen wir erst mal weiter natürlich wir bleiben dabei erst mal werden sie schaffen weil zeit 2800 hätten schaffen können wenn wir oder wenn das trainingsgerät abgegradet wäre und weißheit auf 2 auf stufe 2 vielleicht aber wir bekommen noch 17 punkte ihr seht es ja selber naja es hat ein bisschen wenig bisschen wenig gerade wenn du 2800 brauchst oder 3000 sowas und den dreh ist das halt viel zu wenig aber gut was willst du machen das ich probiere es trotzdem halt aber ich glaube ich glaube es wird nichts werden leider wir geschwächt oder besser gesagt es schöpft wie man möchte wieder keine möhre ich habe dir wieder keine möhre gegeben leute ich pack es nicht vergesst es immer wieder leute nicht vergesst es immer wieder das ist ja wirklich ein trauerspiel mehr oder weniger ach gott gibt es ja nicht das gibt es ja nicht ich das immer wieder vergesse oder holy shit das ist äh da traurig haben wir jetzt 700 bei togemon ich glaube wo du da bist dann gleich na ok gleich noch einmal dann haben wir es machen wir mal weiter dass wir jetzt 700 haben bei togemon das sollte das gewählt sein eigentlich aber jetzt können wir nur noch warten mehr oder weniger oder ne wir haben vier ne wir haben drei vier fünf es fehlt noch sechs ok sechs fehlt also gewicht halt entweder weisheit könnte sein ja oder bindung natürlich auch gut müssen wir mal gucken ne müssen wir mal gucken wir werden wir ein bisschen kämpfen gehen Leute gleich so was haben wir bekommen oh cool für Lady Divenmon Leute wieder und für Mews Tizmon ok wir werden ein bisschen reingebildet gerade vom Spiel ok Divenmon haben wir auch schon Stärke genug right away ok und hier oh haben wir auch schon eins jetzt krass ok fehlt natürlich vieles noch ne logischerweise der weisheit hier ok cool so weit so gut eigentlich so gut weiß nicht ob wir wirklich jetzt hingehen können bei Citramon weil bei Citramon ist ein sehr starkes level oder eine sehr starke map ob wir da bestehen können schon weiß es nicht ich bezweifle es ein bisschen leider aber ich habe auch ein bisschen Bock jetzt die Kratz abzuschließen wirklich hm schwierig schwierig wir können es probieren wir haben nämlich viel zu verlieren ne wir können es probieren aber gut es geht ok wir können nicht mehr Fleisch 94 das höchste was meint ihr eigentlich oder 94 das höchste ok komische Zahl oder 94 das höchste anscheinend und Fleisch bedeutet ich ne ne wir bleiben dabei gut Leute dann gehen wir mal raus und kämpfen ein bisschen und versuchen jetzt mal zu Citramon oder Citramon zu kommen ich glaube es wird nicht klappen aber wie gesagt wir haben ja nichts zu verlieren deswegen wir können nur gewinnen weil wir kämpfen ja ein bisschen ne können auch noch ein bisschen leveln vielleicht und daher komm probieren wir uns einfach mal wieso denn nicht weil so schwach sind wir auch nicht ne so schwach sind wir auch nicht betreiben wir es mal nicht aber ja probieren wir es wie viel Geld haben wir eigentlich uh 8k fast ein Level erreicht sieht gut aus das heißt wir können eventuell gleich das Trainingsgerät erweitern und uns zu einem Level gehen oder eine neue Fähigkeit mehr oder weniger ok let's go Leute ich bin gespannt ob wir es schaffen oder nicht oh was ah Lillimon oder wahrscheinlich Lillimon das müsste Lillimon ok keine Lady Devilmon aber wir haben da einige ja Informationen gesammelt das nächste Mal ah gut Lillimon ist auch nice bin ich auch zufrieden mit definitiv bin ich zufrieden mit so was ist ihr nächste ihre nächste Entwicklung da haben wir noch gar nichts oder ach hier Mene Mene Warmon oder Mene Wimon oder Main Warmon keine Ahnung cool wir haben Lillimon und Divimon warum nicht ja aber gutes Timing eigentlich ja hast recht Zentralien hier Materialien ja aber Leute bekommen Lady Devilmon weil Devilmon haben wir jetzt bekommen aber Lady Devilmon noch nicht aber das wird auch früher oder später kommen das will ich habe probieren wir natürlich stark stark Lillimon dritte bezeugt so will ich das sehen so will ich das so sehen so gefällt mir das da oben ist noch die eine die Girl da oben haben wir auch noch nicht geredet die Missionen fehlendes Items halt heftige Items kommen wir wahrscheinlich erst später denke ich okay okay du hast dicke informationen erhalten von Naku yamon okay mal hier ey Miu 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 Tismon haben wir Schlüsseldigitation freigeschaltet krass oh was 28.000 TP was bin ich verdammt nochmal sehend Junge was man Junge Junge okay hier dieser Kuh hier war auch cool ja nice WTF oder 28.000 TP na gut jetzt ich sterbe ich muss abzimmer hin glaube ich oh die sind stark die sind stark okay die waren steck als gedacht okay so weit so gut weiter geht's ich versuche jetzt mal nicht die zu kämpfen nicht unbedingt nicht unbedingt nicht unbedingt mal nicht hängen fest ich glaube es schaffen wir nicht es war heftig ich glaube die zwei schaffen wir es nicht probieren wir es oder vielleicht doch Leute vielleicht doch doch ganz eigentlich doch war doch ganz gut eigentlich habe ich mich doch unterschätzt oder uns ein bisschen unterschätzt ja und so besser ich beschwere mich nicht okay ich glaube ich ich heile jetzt mal nicht glaube ich das könnte dumm sein ja aber ich versuche es mal nicht zu heilen das ist stark Leute das ist stark Mann ich habe es gepfürchtet ich habe es ja befürchtet level 29 rotes Icon das ist kein gutes Zeichen ja Leute es tut mir leid ich habe es versucht man kann es auch sehr schwer einschätzen wie wisst ihr wie ich mein man kann sehr schwer einschätzen irgendwie egal lass mal hier kämpfen ein bisschen bis wir leveln wenn wir schon mal hier sind dann nutzen wir das wenigstens ein bisschen ne bisschen komplett sonst okay weitere eine alleine okay warum nicht ja wir machen gut damage eigentlich machen gut damage machen gut damage finde ich oder war Citramon da vorne Leute kann das sein das kann sein Leute bin ich falsch ich glaube ich bin falsch Leute warte warte es kann sich alles drehen gerade ich glaube Citramon war da vorne bei dem Weg ja Leute ja ich glaube wohl ich glaube wohl ich bin mir nicht ganz sicher und er noch mal habe dir mit nichts zu sagen okay gut dann nicht okay das war zu gut der Kollege was war da nochmal ich weiß jetzt nicht genau mehr ich probiere mich anzusneaken könnte gefährlich werden weil Level 18 20 ist halt heftig du hast meine Hilfe noch nicht verdienen okay kommt vielleicht später wahrscheinlich nein weg 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 nein okay Leute ey wir sind richtig Mann ich hab falsch gemacht die ganze Zeit hier ist nämlich Caper Citramon meine ich krass okay cool Leute nice hab ich komplett vercheckt sorry Leute falls ihr jetzt reingeschrieben hab in die Kommentare das tut mir leid Leute ich hab's nicht gecheckt so richtig dumm aber egal wir haben's jetzt geschafft oh hey du hast mir einen Digi Setzling einen Digi Koi und ein Digi Krustentier gefangen hier kommen die ja okay hier ja übergeben spitze dieses munteren diesen munteren Kältechen sind ein guter Bestand nun kann ich endlich den lang ersehnten Angel Teich eröffnen ah jetzt kann ich genau ich muss dir noch für die ganzen Fische danken hier nehmen Federküller ein Angel wie du kann diesen Schätzchen nicht gut gebrauchen kommt vorbei wenn ich mein Angel Teich in der Stadt aufgemacht habe auf dich warten aller Arten cool hey Leute nice auch schon mal geschafft bin ich gespannt was diese Angel Haken bringt für den fisch fangen verwendet ein köder für kleine hochwertige fische ok cool Leute kommen wir weiter was meint ihr kommen wir jetzt hier weiter was meint wir diese Algumons ok könnte reichen wo ich was meint wir schaffen wir das wir probieren wir probieren es Leute alles oder nix alles oder nix warum nicht auf jeden Fall reinhauen meine ich boah das hat ich mir so schlecht eigentlich auf jeden Fall mal heilen Leute das sieht nicht schlecht aus das sieht nicht schlecht aus möchte ich sagen das sieht sogar sehr gut aus die mit op Leute ich sage es jetzt schon jetzt schon mit dem team sollten wir einiges schaffen wirklich aber nicht viele punkte leider es geht so ok schon für 22 wie viele punkte haben wir jetzt gesammelt 11 punkte das reicht nicht glaube ich Leute das reicht nicht hierfür 15 brauchen wir dafür ok beim nächsten mal aber cool ok beim nächsten mal wir sparen natürlich aber cool Level 22 mittlerweile wir können weiter gehen das ist ein weiterer Argumon wir können wir eigentlich besiegen oder haben wir gerade gesehen Leute gehen easy Leute easy ich liebe das Team Leute ich liebe unser Team Lilimon und Divimon aktuell wirklich ich liebe sie beide so gefällt mir das sehr gut da sehe ich sehr viel Potenzial oder Leute schreibt es gerne mal rein in die Kommentare was sagt ihr dazu ich sehe da wirklich viel Potenzial muss ich einfach sagen gefällt mir sehr sehr gut gefällt mir sehr sehr gut so besiegen wir den auch nochmal weil der Helden ist ja eine Ressource die will ich haben warum nicht wenn wir schon mal hier sind ne ok 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 stark 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 oh cool ein Digi Bitterling ein Fisch einen weiteren neuen Fisch den wir noch nicht kennen ey waren wir schon mal Leute ich glaube nicht oder wir sind nie so weit gekommen ich glaube nicht aber wir werden es gleich sehen ich würde ich würde ich müsste mich daran erinnern wenn wir schon mal hier waren aktuell klingelt hier noch gar nichts bei mir ah doch hier bei den Kollegen stimmt was wollte der nochmal ich erinnere mich doch Leute ich erinnere mich kannst du mir gut sagen dass es mir leid tut haben wir das schon gemacht ne doch nicht erst beim Vulkan auch ok ah da waren wir noch nicht ey ey wir sneaken vorbei oder wir probieren vorbei zu sneaken hier waren wir noch nicht Leute hier waren wir noch nicht das ist doch neu oder das ist doch neu im goldenen Piratenzahl alter lief dieser Raum über mit Gold jetzt ist der kalt und leer ja Batch ok neue Quest oder was sag mal magst du Schätze doch ganz sicher die Sache ist Cup Mod hier ist die hier ist der Alters Ruhe setzt einer Kursaren der die Digimere bereist hat laut einer Legende hat sich dieses Piraten Digimon hier zur Ruhe gesetzt und angeblich ist hier ein super wertvoller heiliger Kelch versteckt und da kommst du ins Spiel Kumpel kannst du diesen heiligen Kelch suchen wir können ihn verkaufen und die Hälfte und Hälfte Hälfte machen naja warum nicht du hast es geschafft du hast es geschnallt meine ich dann pass auf angeblich wurde dieser heiliger Kelch versteckt von diesen mega starken Digimon Piraten Kapitän namens Digimon ok neue Quest aber keine Ahnung wo das sein kann wer Kelch kann ich gar nicht sagen jetzt aktuell ich habe gar nicht gesehen aber den finden wir sicherlich auch 100% ok Leute wir waren hier weiter geht es nicht das heißt wir können ja nicht zurück gehen komplett so weit so gut erstmal so schauen wir mal bis zurück seine ich habe gute neuigkeiten Digimon ist nach Braten zurück gekehrt er arbeitet gerade schwer an einer angel route du findest es wahrscheinlich im unterhaltungs viertel der wohl ständ liegt jetzt bei 22 lang dann wird das besser sehr schön freut mich dass wir hier fortschritte machen ok lass mal gucken der haltungsviertel war das hier ne geschäft nicht ne hier wollte ich jetzt immer nicht hin hier glaube ich oder wo war das jetzt genau hier schau ich bin gespannt ich bin gespannt cool ihr könnt es angeln da nice ist das nice eigentlich finde ich ganz lustig die einrichtungen im untergrund hitte sind eine stufe gestiegen aufgestiegen gehen wir direkt mal hin oder gucken was das ist hihi cenni bereit fürs angeln schau dir das mal an weißt du was das ist ich habe einen angel teig angelegt du kannst nur in der stadt angeln gehen ganz wie auf dem land angeln wann immer du lust hast es gibt bisher aber nur ein paar fisch arten probieren wir es mal geht das hier ne hier ach hier wahrscheinlich will mal den neuen köder aus oder was meint ihr ok dauert ein bisschen länger was ist es ah gut karpfen oder karpfen ok cool werden wir sicherlich mal hier hier und da mal machen aber wäre ja nicht cool ja aber dafür würde ich mein geld jetzt nicht aus gemerkt gesagt will ich noch nicht was hier hier können wir kämpfen glaube ich ne weil das ist nicht hier und hier können wir kämpfen aber wir haben noch kein Digimon glaube ich ok cool Leute nice freut mich dass das hier Fortschritte macht sehr schön ist fertig immer noch ein Tag ok dauert aber lange ne gut nee warte haben wir das nicht verbessert Leute haben wir das nicht verbessert angeht doch nicht ah doch haben wir doch ok das haben wir schon fertig ok 2 von 3 ok das haben wir schon gemacht das war schon fertig ok gut habe ich jetzt nicht gesehen war nicht schlimm verbessert die Dinge die die von Einwohnern hält das finde ich gerade zugänglich komm verbessern wir verbessern wir warum nicht ok Leute was wollte ich noch tun ich wollte noch irgendwas machen ich bin mir nicht mehr ganz sicher ich habe vergessen ein bisschen was war das noch Leute ich habe vergessen warte auf jeden Fall trainieren das ist das wichtigste glaube ich denn das nächstes würde ich wieder beim vulkan gehen definitiv das ist die nächste quest ungefähr wo ich mich sehe so was machen da Leute hier haben wir zu wenig aktuell denke ich wenn ich Infos und bei Divimon haben wir natürlich jetzt Miotismon aber ist halt heftig was wir da brauchen ich sehe mich hier glaube ich oder meinte Leute ich sehe mich hier ne weisheit 500 ist macht auf jeden Fall deswegen haben wir vier ne vier fünf sechs haben wir eigentlich alles gesammelt schon ich hätte gerne ihn hier der cool aus deswegen aber ist so heftig 28.000 ist glaube ich was wir später glaube ich nächstes mal weiß ich nicht Leute weiß ich nicht ist ne tp oder die gute die 500 weisheit wie viel haben wir mit Divemon ok haben wir gleich schon krass haben wir gleich schon so lass mal kurz gucken letztes Jahr war sehr erfolgreiche Folge und ich wir haben kürz gemacht wir haben sehr die Digitation gesehen alle die wir wollten auf jeden Fall das war eine gute Folge wirklich eine sehr sehr gute Folge da bin ich sehr zufrieden mit jetzt schon das kann nur noch besser werden eigentlich aber auch schlechter ja aber ich hoffe nicht das sieht doch sehr sehr gut aus 500 vielleicht ok Leute ich würde aber sagen wir werden auf jeden Fall jetzt ist mal gleich aufhören bei diese Folge weil das war sehr erfolgreich und ich bin eigentlich happy so wie es gelaufen ist ich hoffe ihr auch Leute ich hoffe es hat euch wieder mal Spaß gemacht auf jeden Fall ok wir haben wieder was wie zakuya mon und für miyotismon gucken wir nochmal rein miyotismon haben wir sehr viel gesammelt fürs nächste mal an infos miyotismon miyotismon Und wenn es doch mal dazu kommt, dass wir ihn bekommen können, dann haben wir schon mal die Infos und das ist doch schon mal mega nice, oder? Also fände ich schon mal sehr gut eigentlich. Deswegen. Aber das schaffe ich jetzt nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, es wird eher hier das hier. Was auch nicht schlecht ist, glaube ich. Hier bei Sakuya-Mon-Ausdauer, ja, haben wir schon mal freigeschaltet. Ja, Sakuya-Mon hätte ich auch gerne. Also Natur würde ich gerne weiterziehen bei ihr hier, eigentlich. Den Typ Natur finde ich eigentlich ganz cool. Ja, würde ich eigentlich behalten. Warum nicht? Okay, fast ein Level erreicht wieder. Oh, die passt nicht, aber schon wieder gut XP gesammelt, oder EP. Eigentlich für das nächste Level. Also das ist schon mal ganz gut eigentlich. Okay Leute, das haben wir euch noch gecrast, das nächste Mal. Haben wir gemacht. Das können wir auch machen. Ach stimmt, was war eigentlich hiermit angemoren? Hier, ne, angemoren, stimmt. Das können wir auch noch machen. Das können wir das nächste Mal eigentlich, beim nächsten Mal. In der nächsten Folge, können wir das angehen. Definitiv. Ja, oder? Das können wir doch machen. Die Milbeck haben wir ja gesehen. Das kriegen wir, glaube ich, Leute. Das kriegen wir in Tagesaufgaben. Ja, und das ist hier bei Rina. Das haben wir noch nicht geschafft. Da fehlen noch diese Mega-Items, ne, die wir brauchen. Super, Doppel-Diss und so weiter. Wenn ihr wisst, wo ich das herbekomme, Leute. Oh, mein Stimme, Leute. Vom Filmreden. Dann schreibt mir das gerne mal rein. Ne, in die Kommentare. Hey, Leute. Aber ihr merkt schon, wie meine Stimme ist. Werke, ich habe so viel geredet. Ähm. Ja, Leute. Das war mein Fest. Das war mein Fest. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe. Ich hoffe euch auch. Lasst es mich gerne wissen. Und wenn ihr das Video liked, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich wäre euch sehr dankbar dafür. Ich bin jedem dankbar, der das gemacht hat bisher, ne. Und abonniert habt. Das finde ich immer sehr schön. Auch alle Danke, die das auch gemacht haben. Die diesen Kanal abonniert haben. Das ist sehr, sehr nett. Wirklich, Leute. Vielen, vielen Dank. Ja, Leute. Was bleibt mir übrig, euch zu sagen? Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, Leute. Wie immer, ne. Wirklich. Ich wünsche euch wirklich einen sehr schönen Tag. Wir hören uns da morgen wieder. Dann, ja. Geht's hier weiter. Und, ja. Macht was draus, Leute. Euch, ja. Einen schönen Tag, wie gesagt. Bis zum nächsten Mal. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und, ciao.